Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Salat. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Spinat. Und das hier ist Milch, das ist Kaffee. Und das sind zwei Eier und das ist Tee. Sagt man einem fein? Es geht mir gut. Wie sagt man, it tastes good? Es schmeckt gut. Und wie sagt man, thank you? Dankeschön. Wie sagt man, you are welcome? Bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.